KUTAN Immobilien Seit über 25 Jahren für tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. KUTAN Immobilien Das Speyerer Unternehmen PM International wurde in diesem Jahr bereits zum insgesamt zwölften Mal als innovatives Unternehmen mit der Note A plus vom Institut für Entrepreneurship und Innovation und Professor Nikolaus Franke von der Wirtschaftsuniversität Wien ausgezeichnet. Das Erfolgsrezept des Unternehmens sei der dauernde Drang, innovative Ideen umzusetzen. Auch die Mitarbeiter werden mit Leistungsprämien an den Erfolgen des Unternehmens beteiligt, so Geschäftsführer Rolf Sorg bei der offiziellen Verkündung am Mittwoch in Speyer. Ja, also Ausschlag geben wir mit Sicherheit, dass wir mit einem sehr, sehr klaren Fokus eine Nische bearbeiten und eben auch den Anspruch an uns selbst haben, immer innovativ zu sein, immer vorne dran zu sein. Und dahinter steht natürlich ein ganzes Team. Also ich würde sagen, jeder Mitarbeiter bringt seinen Anteil, seine Leistung dazu. Wir haben ein innovationsförderndes Management. Bei uns gibt es Leistungsprämien für Leute, die Ideen einbringen. Nicht nur, wenn sie umgesetzt werden können, sondern jede Idee wird belohnt. Da wollen wir einfach sagen, schon allein die Tatsache, dass jemand sich einbringt und mit uns darüber nachdenkt, ist schon eine tolle Leistung. Und das zahlt sich aus. Sie sind in der Nahrungsergänzung tätig. Sie entwickeln Produkte. Sie haben einen Direktvertrieb mit Fitline. Wie innovativ sind diese Produkte? Wie viele Innovationen kann man da reinstecken? Was sind die Stärken Ihrer Produkte? Ja, also die Stärken ganz klar, um unser Fokus, Kernkompetenz, die Nährstoffe dahin zu bringen, wo sie wirken, auf die Zellebene. Und das, wenn es geht, idealerweise von innen und von außen. Genau dann, wenn sie gebraucht werden, genau dort, wo sie gebraucht werden. Daraus ist das Konzept entstanden, Nährstofftransportkonzept. Und darauf basieren auch die meisten Innovationen und auch die Patente, die wir heute haben. Circa 43 Patente. Also unsere Qualitätssicherung gibt uns die Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Produkte 100% sauber sind, nicht verunreinigt sind. Das bringt das Herstellungsverfahren und das selbst auferlegte Qualitätsmanagement mit sich. Das hat uns dann auf die Idee gebracht, uns direkt an die Hochschule Köln zu wenden, die ja Doping-Tests macht, weltweit berühmt ist dafür. Und dort die Frage zu stellen, ob wir permanent untersucht und überwacht werden können, unsere Produktlinie. Das hat eine Weile gedauert, war eine längere Diskussion, aber erfolgreich, sodass wir heute auch eben von der Hochschule Köln eine Bestätigung haben. Und das ist die Sicherheit für die Verbände und für die Hochleistungssportler, die die Produkte nutzen. Und das ist eine klasse Zusammenarbeit.